E-Ding Ach ja, ist mal wieder so ein Chinese gerastet Die rasten ja an da rund Oh jetzt kommt die Rebellion der Maschinen Oh Gott, haben wir bald die ganze Playlist mal durch Los Rebellionas Ich bin doch schon wieder 100 pro Fall, ich hab wohl ne, die Gegend sieht schon aufgebaut was Oh, ach ja, ich hab Hunger Und wenn du schon nicht hättet Hunger Ich hab Hunger Ich hab Hunger Ich hab Hunger Ich hab Hunger 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 Ich hab Hunger Richtig Hunger Hunger zugrunde Werde verrecken Ich bin ne arme Verstehe Arme Sau Und ich werde verrecken Weil ich mich zu fressen habe Verrecken Und sterben Und einfach nur noch tot gehen Und hier Entweder ich falle Zu Tode Oder Jetzt muss schon Jetzt muss schon Ein Zeichen hindurch Ich hab er Ich hab ein Portal gefunden Tschüssi Leute Lech Me Und jetzt stirbt er ich will wieder weg, Leute, darf ich dich doch erinnern, dass die gar nicht sehen, was du machst und auch keinerlei Interesse dran haben, ja, der kam gewaltig, nein, war nur ein bisschen Land, war ein bisschen krass Landschaft, ey, ich bin weiter, ja, ich bin weiter, natürlich habe ich jetzt noch eine Salmonelose, was sonst? Mano, Creeper zwei Stück, also wer sich das jetzt noch freiwillig anguckt, hat die größte Meise in der Geschichte von YouTube Entertainment, ich gebe es euch schriftlich, nachdem wir auf PS3 Gameplays noch eingewerben bzw. haben, führen werden, tun, gehe ich davon aus, dass unsere Notzeit noch mal ansteigt, bis dahin, ne, also die Gameplays beginnen ab 1. April, 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 ne, ne, diesmal ist kein April, Schatz, schade, ich bin meiner Farm, Leute, ja, schön, wenn du bei der Form bist, ich muss aber erst mal dorthin, das kommt auch wenn ich so lange latschen, niemals bei der Form raus, das kannst doch keinem erzählen. Dank dem, der das Helmportei gesetzt hat. Ich lasse vielleicht irgendwo hin. Ja. Morgen, gegen um eins, warum? Ja, warum? Ja, klar, aber wir legen dann das Telefon hin, ne, oder? Ja, wenn er was, ne, klar, jo, also er kann ja dann anrufen, wenn was ist, ne, gut, jo, tschüss. Aber immer schön freundlich bleiben. Schön geschmeidig. Ne, Jussi, ich bin doch immer freundlich zu dir. Oder konntest du dich noch einmal über mich beschweren? Die Mu ist auf der Kars Feld. Wir springen, fette Kuh, springen. Es muss noch gute 500 Felder laufen. Wisst ihr, dass man bei solchen Sachen leicht auf andere Ideen kommt? Auf böse Ideen? Hallo. Ja, ja, nein, nein, ich werde mich auf den Porten. Hättest, hättest du geklappt, dass ich vor dir auf der Farm bin ohne Porten? Hättet ihr euch geglaubt, dass du während unserer Reise 15.000 Mal dran schuld bist, dass ich verrecke? Ne, im Traum nie. Ich muss ins Wasser, dort sind wir auf der sicheren Seite. Aber auch nicht für ewig, aber fürs Erste hilft es. Ich sehe einen Bambus. Einen Bambus, einen Bambus, einen Bambus. Okay, der Drecksack lässt uns in Ruhe. Es ist noch einiges an Strecke, wenn ich euch beruhigen darf. Einiges an Strecke. Sag mal, du freust dich richtig, ne? Ich laufe jetzt schon seit einer Viertelstunde. Länger, länger. Seit einer halben Stunde bin ich nur am Laufen. Die ganze halbe Stunde packe ich alles in die 99. Folge. Mit Warnhinweis, Achtung, nur rumrennen und keine guten Witze und inklusive Trash-Gelaber und dann gebe ich noch einen Skip-Hinweis, ab welcher Minute was Sinnvolles bei rauskommt. Ah, nur? Mhm. Wie kann man sein Home, wie kann man, wie kann ich die Farm als Home setten? Cheater. Ist das, ist das ein Cheat? Cheater. Ich weiß es ja nicht, ob das ein Cheat ist. Cheater, Cheater, Cheater. Schweinerei, was du machst. Die umgehe ich einfach mal großräumisch. Ja. Das ist der Nachteil, an einer halben Stunde laufen, nämlich, dass es viermal Tag und Nacht wird. Denk mal drüber nach. Die kommt nicht ins Wasser, die kommt nicht, um uns zu holen. Ach, die doch nicht, nein, nein. Die erkennt uns nicht mal, das Ganze. Wenn ich jetzt verwecke, 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 wenn ich jetzt verwecke. Ich wollte eigentlich zu Wasser bleiben, aber ich will endlich heim. Gut, mit zehn Diamanten an Bord und tausende anderen Rohstoffen ist das alles ein bisschen, ist schon nicht einfach. Wenn uns jetzt ein Creeper wischt, war es das eh. Das wäre dieser typische Headshot. Der typische Rest in Peace Moment. Aber ich glaube, so weit ist es nicht mehr. Ich glaube, wenn man jetzt so ein bisschen winkt, müsstest du mir schon winken sehen. Hintergrundgeräusche abstellen. Hör auf zu fressen während der Aufnahme. Wieso kommt jetzt eine Polter Elefant zu? Ist mal wieder so typisch. Wow, 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 wow. Ich habe ja nicht mal einen Ausgangspunkt, verstehst du? Ich weiß nicht, wo ich mehr hin muss. Immer noch in die Richtung. Ich komme von irgendwas mit 2000, 2000, 2000, aber ich weiß nicht genau, wo. Importen werde ich nicht, weil ich nicht so eine Dreckscheater sauge, wie du. Siehst du? Der Zombie weiß, was Sache ist. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, neuer Unterschlupf muss gefunden werden. Hier fühle ich mich nicht mehr sicher. Ein Zeichen von Humanität. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Dieses Zeichen von Humanität. Ich glaube, ich weiß, was dieses Zeichen hieß. Trololo. Wer mich nicht zeugt, ist ein Tierrichtum die Farmen? Aber... Wir finden dich überall, gezeichnet die Bomber. Jo, haben wir bloß leider nichts mehr hier drin, um es mitzunehmen. Jo. Das war ein Haus von jemandem, der geschiedenes hat. Da haben wir den sein richtiges geschiedenes Haus weggebombt. Kalle, gib mir mal deine Position durch. Du bist an der Form, ne? Äh... X. X ist... X und Z. X und Z. Ist 1811. X. Und Z ist 2366. Was ist X? 2366. Nee, X. Also X ist 1811. Okay, und Z? Z ist 2366. Nicht blenden lassen, nicht blenden lassen, nicht blenden lassen, nicht blenden lassen, nicht blenden lassen. Kalle, portet dich sofort zu mir. Sofort, 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 sofort. Sofort, 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 sofort. Gib's ein, gib's ein, gib's ein, gib's ein. Schneller, schneller, schneller. Immer schön ruhig bleiben, immer schön ruhig bleiben, immer schön ruhig bleiben, immer schön eingeben, immer schön eingeben. Immer schön eingeben, immer schön eingeben. Schnell 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 Hi Nix da Dadadada 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 So ich hoffe du hast noch die Zahlen im Kopf Oh X war was mit 1080 18800 1811 Mäßes Gewissen 1800 11 Ofer um was 1800 Dann müssen wir auf jeden Fall schon mal in die Richtung was Wort z Kakland was mit 2000 das war 2366 Dann müssen wir schon mal in die Richtung Aber immer mehr nach und wenn ich sterbe dann Na ja einfach nur überleben Boah, war das jetzt so Mein Weg ist aufgedacht Ja, du brauchst dich gar nicht großartig fühlen, du elender Sack Zum Glück sind wir am Dschungel in einem Spannenden vorbei So, nach deiner Theorie müsse die Farm in wenigen Blöcken kommen Leute, war das eine Reise Bogenschutz Ich fühle mich hin oder her, ja, nie, sicher A, stopp, wo wir sind Da ist Lava Lauf einfach dran vorbei Was, ich hab' doch Lava, weil sie noch weit unten erschreien Ne, ne Da ist ein Endermeld Ja, lass den in Ruhe It's not showing off if you back it up Ich hab' Hunger Scheiße auf deinen Hunger Das war Folge 99 Die spezielle Folge 99, in der wir nur gelaufen sind Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Ne, viel Spaß mit einer stundenlangen Folge 99 Ach, wisst ihr was? Ich hau' jetzt einfach 20 Minuten Folgen raus Und so ist die letzte Unimark so lang Dann werden wir uns ja sehen Also im Endeffekt Solange wir jetzt an der Farm sind Ich räume jetzt das ganze Zeug oben ein Und dann sammeln wir in der nächsten Aufnahme schönen Gunpowder Dann sprengen wir die Farm Warum? Der ist doch von allen guten Geistern verlassen Oh, ich glaub' Gunpowder müssen wir nicht formen Wir sprengen die Farm Oh, hier fährt ein Tun und machen andere bei uns am Fenster vorbei So, Eisen 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 Guck mal Hui Eisen Aus Nur für spätere Werkzeuge Aus Gut, die Hälfte reicht mir auch Ich hab' gesagt, aus Wer nimmt ohne zu fragen, kriegt gar nichts Dürfte ich mir bitte 18 Eisen Nehmen Man fragt erst und dann nimmt man Ja, so mach' ich's auch mit Kevin Zumal AK ist ja aber auch so, was schon messy gewesen, hä? Hat auch okay nur Optim halten können So, das sind Mob Drops, das sind Moosstein Haben wir noch 64 Stück Ne, 61 Sind das Mob Drops? Ne, Nahrung und Lebensmittel Könnte ich mir bitte etwas Eisen rausnehmen? Nein Steine und ähnliches Ach, da haben wir ja auch schon welche Gut Und dann Mob Drops Okay, wir haben ja noch Spawner da War's ja gar nicht so War's ja gar nicht so schlimm So, nachdem ich das alles einsortiert habe Fangen wir in der nächsten Aufnahme an Mit der berühmten CR-Bombo Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum Special Tschüss Ging Ging Pat Ging 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 Vielen Dank.